. Für viele ist dieser Kuchen ein Träumchen. Andere sagen, nee, hab ich einfach gemacht, mach ich bestimmt nicht wieder. Hefekuchen, wie er garantiert gelingt. Das erfahren Sie heute bei uns. Hier ist Lust auf Backen. Hannes, so ein Hefekuchen, also ich mein, so ganz ohne ist es doch nicht, oder? Nein, es ist nicht schwer, aber auch nicht leicht. Man muss es einfach richtig machen, man muss die richtige Mischung finden. Und so die kleinen Tricks kennen und dann klappt es. Ganz zentral ist, glaube ich, die Temperatur, oder? Ja, von der Milch. Das ist das große Weber-Geheimnis. Ich verwirre damit auch immer die komplette Zuschauerschaft. Ich weiß es, aber das hat seine Berechtigung und ich kann es immer nur wieder predigen. Und eben, wenn es dann doch nicht klappt, dann liegt es meistens an diesem kleinen Quäntchen. Temperatur war zu warm, Teig war trocken und dann klappt es nicht. Also wir klären es jetzt eins nach dem anderen. Wir fangen an und haben in einer leeren Schüssel was hinein zu tun. Mehl. Typ 50. Auch beim Hefeteig ist wichtig, dass das Mehl nicht zu alt ist. Also es sollte so die optimale Verarbeitungszeit für Mehl haben. Das ist ungefähr sechs Wochen nach dem Mahlen und nicht viel älter als sechs Monate. Also nicht bitte Mehl kaufen und ewig liegen lassen im Küchenschrank, sondern einfach gucken, dass es von der Zeit passt. Also Mehl kaufen und auch verarbeiten in Folge. Und ein Ei gehört natürlich rein, bringt uns Bindungen. Für so einen Hefestreusel, Zwetschgenstreusel oder auch die Dresdner Eierschecke muss der Hefeteig nicht so ganz schwer sein. Das heißt, Butter und Zucker spielen jetzt heute nicht die tragende Rolle. Machen wir gerade ein Päuschen, mal in aller Breite nochmal. Wir machen Zwetschgenstreusel. Juhu, Zwetschgen. Und wir machen, die Dresdner Eierschecke. Ja, Schecke, nicht Schnecke. Das ist eine Spezialität. Du bist die Schnecke und wir machen die Schnecke. Also Ei ist im Mehl, Butter ist dazugekommen. Schon ein bisschen weich, es soll so sein. Ja, dann mischt er sich schöner unter das Mehl. Salz, immer abgewogen, nicht in der Brieze. Zwei Prozent aufs Mehl. Dann Honig. Wir hatten das erfunden mit diesen Prozenten und diesen Abmessungen. Backen ist rechnen. Also Backen ist nicht irgendwie, ich schütte was zusammen und dann passt es und dann schmeckt es. Sondern Backen funktioniert nur, wenn die Formen zueinander stimmen. Butter zu Mehl, Milch zu Salz und so weiter und so fort. Okay, also 80 Gramm Salz in dem Fall. Wir haben heute echt moderne Hefen. Also das heißt, triebstarke Hefen. Nicht mehr so wie früher. Die brauchen wir nicht irgendwie auflösen oder anhefeln oder sowas, sondern einfach mit dem Teig geben. Und dem Teig lieber noch genügend Zeit lassen, dass es schön reifen kann. Ich kenne das so mit diesen Mehlhäufchen, dieser Mulde, wo man dann das Ei reinmacht und die Milch und die Hefe reinbröckelt. Das hier ist ja fire and forget. Aber man muss dann relativ lang kneten von Hand. Und das ist wirklich richtig anstrengend. Und das ist ganz wichtig. Ein großer Grund, dass der Teig einfach gut wird und das Gebäck toll wird, ist, dass man diesen Teig ausreichend knetet. Und das ist von Hand wahnsinnig schwierig. Und das kann man jetzt so in der Maschine machen. Genau. In der Maschine machen. Das ist einfach einfacher. Klar, wer jetzt Lust hat, da hier Vollgas zu geben, geht auf alle Fälle. Aber die Maschine ist da einfach optimaler. Ganz wichtig, der Teig sollte nicht über 25 Grad warm werden. Das war eben das, was du vorher auch schon betont hast. Die 25 Grad Teigtemperatur, die sollten wir nicht überschreiten. Und deshalb habe ich hier kühle, kalte Milch aus dem Kühlschrank, schütte die da rein. In einem Hefeteig gehört für mich dazu immer, du darfst mir gerade die Vanilleschote noch auskratzen, ein bisschen Zitrone. Jetzt musst du das aber erklären, weil jetzt denken die Zuschauer vielleicht, oder zumindest einige, ja wie, warum eiskalte Milch 25 Grad ist ja nicht eiskalt. Was passiert denn mit dem Teig in der Maschine? Der Teig soll 25 Grad haben. Und die Milch nehme ich ganz kalt, damit der Teig jetzt beim Kneten, also wenn er geknetet wird, wenn er sich leicht erwärmt, durch die Knetung, dass er nicht über die 25 Grad geht. Also mein Mehl hat zum Beispiel so 20 Grad Temperatur, wenn es aus der Küche kommt, oder? Und jetzt nehme ich die Milch mit 10 Grad, dann habe ich so hinterher eine Temperatur von 18 Grad. Und durch dieses Kneten wird der Teig warm. Reibung erzeugt Wärme. Genau, Wärme. Und da kann ich eben gegensteuern, dadurch, dass sich die Milch ein bisschen kühler verarbeitet hat. So, wir werfen nichts weg mit der leeren Vanilleschote. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, da kann man das Ganze zum Zucker in ein Glas geben und dann hat man super Vanillezucker nach einer gewissen Zeit. Ich habe was gelernt. Hast du hoffentlich zu Hause auch ein schönes Döschen mit dem, also es ist wirklich genialer Zucker. Auch wenn du Pudding kochst oder so, kannst du ihn verarbeiten, ist genial. Ab in die Maschine. Wichtig ist jetzt am Anfang, 10 Minuten langsam kneten und dann 2, 3 schnell. So, der hat es hinter sich. Jetzt, warum war das langsam anschlagen und danach schneller? Also, kneten besteht letztendlich aus 2 Phasen. Erstens eine Mischphase, wo sich die ganzen Rohstoffe miteinander verbinden. Und zweitens die eigentliche Knetphase, die beginnt zwar auch schon im langsamen Gang, aber es geht einfach mit einem schnellen Gang besser. Letztendlich ist es so, wie bei einem Eischnee, den ich aufschlage. Wenn ich Eischnee schlage, mit der Maschine entsteht ein Ritten Schnee, das wird fest. Und da drin ist auch ein Eiweiß und das muss ich irgendwie schlagen, damit der Teig richtig schön zusammenhält und vor allem hinterher das Gas halten kann, das die Hefe entwickelt. Und man sieht jetzt in dem Teig toll, schau an, das Bild ist so ein Fenster und wenn mich die Kamera durchsieht, dann ist es gut. Also, man sollte ihn schön ziehen können, ja, und dann ist er gut. Der Teig ist jetzt super. Der hat jetzt alle Voraussetzungen, ein guter Hefeteig zu werden. Also, es war auch nachweislich bis hier einfach und nachvollziehbar. Ja. Die kalte Milch, alles andere war zimmerwarm, haben wir gesagt, und dann einfach ein paar Minuten ankneten, vermischen und fertig ist die Laube, ja. Dem Teig fehlt jetzt aber das Aroma. Und damit der Teig ebenfalls, da haben wir die Schüssel, da sieht man es toll, Aroma kriegt, tue ich den jetzt in die Schüssel rein, abdecken, frischhalte Folie. Du hast mich ja schon vorher gefragt, warum nimmst du immer frischhalte Folie? Genau, ich habe was mit Geschirrhandtuch versucht hier schon im Vorfeld der Sendung abzudenken. Halt, weg, frischhalte Folie, warum? Das Geschirrhandtuch nimmt Feuchtigkeit auf und ich möchte jetzt wirklich schauen, dass dem Teig keine Feuchtigkeit entzogen wird, also ich tue den in die Schüssel und am besten lasse ich ihn jetzt eine Nacht reifen im Kühlschrank. Und dann kriegt der Aroma? Ja, dann kriegt er richtig schönen Geschmack und Aroma, wird fluffig, die Hefe fängt an ihre Arbeit zu tun, es gibt einen tollen Teig. Gut, also, die Zielvorstellung ist, in ein paar Minuten, 10, 15, 20 Minuten, Zwetschgenstreusel mit Sahne, habe ich bestellt, Zwetschgen nur mit Sahne. Die Sahne bieten wir nicht mit. Nein. Jetzt machen wir aber den Vanilleunterbau. Aufkochen müssen wir das. Aufkochen? Aufkochen. Ganz normalen Pudding, ich nehme einen Teil Milch, den ich aufkoche, einen Teil Milch vermische ich mit dem Eigelb. Bei dir kann gleich der Zucker mit rein. Ich nehme das Creme-Pulver, Pudding-Pulver, vermische es mit dem Eigelb und der Anrührmilch und dann lassen wir das Ganze nebenher aufkochen. Sag mal, hier geht keine Lampe an. Ah, jetzt geht sie an. Und wenn nicht, leuchtest du ihn. Oh, heute hast du das aber nicht voll drauf. So, und dann gibt es einen Zauberstreusel, den finde ich super geniales Rezept, weil er ist komplett anders. Es ist ein Mühlteig, aber mal ganz anders gemacht. Ich nehme ein bisschen Butter, mache die flüssig. Uh, uh, uh. Darf ich da? Zweite Lampe bitte anschalten. Ja. Doppelt leuchten. Hast du die Lampe an? Kennst du den Spruch? Also das ist aus dem Saarland. Dann hat man zu viel Zwetschgen-Schnaps zum Beispiel getrunken. Das passt heute zum Thema. Die Lampe an. So, das heißt, für meinen Streusel löse ich die Butter auf. Das ist total unüblich für den Mühlteig. Normalerweise so Butter muss irgendwie so sein, dass du es mit dem Mehl... Zimmerweich und kneten und so? Nein, ganz falsch. Butter flüssig machen. Guck mal, hier ist schon wieder... Soll ich wieder? Neulich mal habe ich gealbert. Ich bin der mittlerweile beste Vanillenschoten aus Kratzer im Südwest. Du bist meine beste Co-Bäckerin, die es am Württembergwald gibt. Die Saarland weiß nicht so genau. Ich will genau das, was er vor dieser Sendung hatte. Ich habe hier ein 405er Mehl. Also diesmal kein Mehl zum Backen, zum Teig machen, sondern wirklich ein 405er Mehl. Dann habe ich ein paar Nüsse, die geben dem Streusel ein bisschen mehr. Was Besonderes, wenn man mit Nüssen ein Problem hat, wir beobachten das. Wenn Sie Milken machen? Nein, nein, nein. Also Vanille brauche ich hier. Okay. Wer mit Nüsse ein Problem hat, der kann alternativ Mandeln gerieben nehmen. Gar kein Thema. Dann kommt ein bisschen Zucker rein. Und das Ganze mische ich total entspannt, schon mal trocken. Okay? Vanille haben wir auch ein bisschen mit drin. Die gehört einfach dazu. Die macht die Butter ein bisschen leichter. Ist gut? Ja. Alles rein. Hast du überall Vollpower, oder? Ja, so habe ich das bei dir gelernt in den letzten Jahren. Immer Vollpower, die kocht gleich. Immer Vollpower, ja. Ich besorge schon mein Brett zum Unterlegen nachher. So, deine Butter, das geht jetzt aber auch rasant hier. Also, das wäre mir zu schnell. Jetzt müssen wir ja auch zwei Töpfe gleichzeitig. Geht das? Butter flüssig machen. Ja, das schaffen wir. Wir sind doch Multitasking-Fräg, oder? Das sagt man immer so leicht. Ne, ist das so. Was wir auch noch brauchen, sind noch ein paar Zwetschgen. Ich tue die schon mal vorbereiten. Die quietschen, wenn ich sie schneide. Halbiere sie. Sternchen raus. Ich glaube, das ist so eine typische. Mittlerweile lebe ich ja jetzt doch schon seit zwölf Jahren in Bühl. Und wir haben in Bühl eine Zwetschgen-Königin. Ehrlich? Ja. Seid ihr Zwetschgen-Anbaugebiet? Ja, Bühl ist Zwetschgen-Stadt. Gibt ja viele Regionen im Südwesten. Wir werden gleich auch in Oberschwaben noch mehr Obstbäume kennen. Aber Bühl ist auch eine Region, wo sehr viele Zwetschgen angepasst. So, Major, hier einrühren. Ja, ich habe jetzt auch die flüssige Butter einfach in mein Mehl eingerührt und vermischt es. Und da, 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 Streusel fertig. Du musst den Herd ausmachen. Du musst den Herd ausmachen. Ich komme in eine stressige Situation. Hab ich auch kommen gesehen. Den da brauchen wir noch. Den machen wir aus. Schau, ich habe jetzt die flüssige Butter wirklich nur in die Mehlzuckermischen eingerührt. Und zack, bumm, habe ich einen fertigen Streusel. Und der schmeckt wirklich toll. Also, es ist ein toller Streusel. Und ich finde die Herstellung so klasse einfach. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist das gut so? Blubbert. Ja, blubbert. Feuer weg. Kannst du hier draufstellen. Genau. Also, jetzt habe ich das nur so mit 70-prozentiger Aufmerksamkeit mitgekriegt. Ich muss es nochmal genau betrachten. Flüssige Butter unter diese ganzen Smooth-Tarten. Man muss sich nicht hier irgendwie die Finger schmutzig machen, sondern man kann verrühren. Okay. Total easy. Du darfst mir noch ein paar Zwetschgen schneiden. Ja. Ich habe hier wieder eingepackte Teiglinge in Frischhaltefolie. Und die sind jetzt wirklich toll gereift. Also, die jetzt eine Nacht im Kühlschrank, das ist wirklich der super Tipp für alle Hefeteigliebhaber in unserem weiten Sendegebiet liegen lassen, dem Hefeteig die Zeit geben. Am besten im Kühlschrank über Nacht. Ich habe jetzt die Teigboppels, die Teigstückchen, schon gestern rund geformt, abgedeckt, in den Kühlschrank gelegt. Man sieht, dass die richtig schön reif. Die haben Aroma und Geschmack. Guck, riech mal. Die sehen auch bei dir immer so perfekt. Leider kann man durchs Fahnsinn nicht riechen. Aber riecht es richtig toll. Hefe, Hefe, Hefe. Also, das ist die Grundvoraussetzung für jedes gute Gebäck. Da kann der Pudding noch so gut sein, wenn der Hefeteig nix ist. Bringt es nix. Ist wirklich so. Ist ganz wichtig. Das sehen bei dir auch so perfekt aus. Nehmt ein bisschen Streu-Mehl. Das geht einfach so ballenmäßig auf, auch bei mir als Schwein. Ja, das geht schon so. Guck, hier liegt er ja auch. Und da liegt es so richtig pepp da, ohne Trieb und ohne Reife. Und die hier sind einfach schon richtig schön fluffig. Dann nehme ich die Stückchen, tue die ein bisschen Mehl. Ich glaube, das geht fast schon Hand. Müssen wir zu deinem Holz noch was sagen? Das hast du ja schon oft hier im Einsatz gehabt. Ja, mein Holz. Sie können natürlich auch ihr normales Holz nehmen. Ja, das normale Rollholz kostet, keine Ahnung, im Einkauf 100 Euro. Das kostet zwei. Oh, das ist aber schon ein Premium. Ja, kostet das. Ich weiß gar nicht was. Ich habe noch nie ein Rollholz gekauft. Nicht so viel. Aber das ist natürlich preiswerter aus dem Baumarkt. Und funktioniert genauso gut. Funktioniert genauso gut. Und ich mache jetzt mal vier Stück, oder? Und was isst du? Ah, das ist ja gut. Ja, das ist ein Kuh und Sahne. Da hätte ich keine Helmung. Silberoschbraten. Gut, vier Stück. Ich roll sie aus. Ich schaue, dass sie es einigermaßen gleichmäßig ist. Da kommt es jetzt nicht wirklich auf die allerletzte Nuance an. Machen wir halt fünf. So ungefähr drei bis fünf Millimeter dick. Also wenn jetzt jemand zu Hause in den Einheit gucken möchte. Das muss jetzt nicht nach. Drei bis fünf ungefähr. Ah, man sieht es ja. Und richtig schön die Luft rausdrücken. Kannst du gerade mal das Blech rübergeben. Ja, weißt du, die Gärgase, die sich gebildet haben, das ist wichtig. Dass man eben jetzt, das legen wir in die Mitte rein. So. Dann nehmen wir die aufs Blech. Und das ist so ein typisches, geniales Kaffeegebäck. Was meinst du, dass es jetzt weitergeht? Ich meine, dass es jetzt so weitergeht, dass der Manilepudding da drauf kommen muss und dann die Zwetschgen und dann die Streusel. Was war das für eine Frage? Falsch? Nee, richtig. Gut. Der Teig ist schon super reif. Wenn ich den Pudding jetzt relativ warm verwende, dann tut der Teig relativ schnell noch so ein bisschen nachgaren. Vorgaren, oder? Nachgaren. Also jetzt gibt die Hefe Vollgas, weil der Pudding so schön warm ist. Ach so, die Hefe gart. Genau. Und das heißt, ich kann es dann relativ schnell und zügig nach dem Aufarbeiten in den Ofen schieben. Ich brauche jetzt nicht noch mal irgendeine längere Reifephase. Also es muss sich abkühlen, der Pudding? Nee, nehme ich heute heiß. Zwetschgen. Eins, zwei. Du darfst mir ruhig helfen. Drei, vier. Vielleicht noch eine fünfte. Ist fürs Auge immer schöner, wenn man eine ungleichmäßige Zahl drauf hat. Frag mich aber nicht, warum. Ist irgendwas psychologisch. Ach, das sind so Gesetze, die gab es schon im alten Neck. Ich glaube, ich muss noch ein paar schneiden. Ja, okay. Dann drüben wir es in der Weile. Ach, aber noch schnell waschi waschi. Wir brauchen noch genau zwei, drei. Guck mal. Dass es aufgeht. Sieht doch schick aus, oder? Sehr gut. Bitteschön. Oh. So, man darf nicht verschrecken. Der Streusel ist jetzt halt auch noch ein bisschen warm, weil wir eben auch diese flüssige Butter verwendet haben. Ich tue jetzt noch ein bisschen Mehl drunter, falls er noch zu arg beppt. Dass er sich wieder löst. Und dann mache ich den da drauf. Und da gibt es jetzt tausend Varianten. Also man kann ihn nur ganz schön außenrum legen. So. So. Oder man tut ihn wirklich direkt. Also das mit der flüssigen Butter, das merken wir uns doch mal, oder? Das war jetzt nicht doch schreuen, oder? Ja, das war mal... Das gefällt dir, gell? Schnell und einfach. Schnell erlebt. Nee, aber das soll ja auch zu Hause so sein. Ich meine, wenn man backt, dann muss es irgendwann mal wieder vorbei sein. Unser Ergebnis muss stimmen. Und das tut es eben bei einem Rezept. Es geht ruck zuck. Unser Ergebnis stimmt. So, sieht doch schon lässig aus. Ab in den Ofen. Komm. 220 Grad. Und ich schätze mal so allerhöchstens 15 Minuten. Okay. So, wir haben eben schon erfahren, es gibt in Bühlen eine Zwetschgenkönigin, aber es gibt natürlich noch mehr Zwetschgenbäume im Südwesten. Wir fahren mal nach Oberschwaben. Dort gibt es jede Menge Streuobst. Und wir erfahren, was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen Zwetschge und Pflaume. Oberschwäbische Dorfidylle. Im Museumsdorf Kürnbach bei Biberach stehen zwischen historischen Bauernhäusern über 150 Obstbäume. Nicht etwa in Reih und Glied, wie heute im Obstanbau üblich. Nein, hier stehen die Bäume locker verteilt in den Gärten und auf den Wiesen. Traditioneller Anbau auf Streuobstwiesen, wie vor 200 Jahren. Bei Streuobstwiesen denkt man normalerweise an Äpfel. Und hier im Museumsdorf Kürnbach finden sich tatsächlich mehr als 100 verschiedene Apfelsorten. Und dazu seltene Birnen. Natürlich gibt es hier auch Pflaumen und Zwetschgen. Die rundeten schon früher den Speiseplan ab. Je nach Sorte waren sie die erste süße Versuchung im Obstjahr. Und bei Spätsorten eine herrliche Abwechslung bis in den Herbst. Pflaumen und Zwetschgen gehören zur gleichen Gattung, der Prunus domesticus. Übrigens auch andere leckere Verwandte, wie z.B. René Cloden oder Mirabelle. Klein und rund. Die Pflaumen sind groß und rund. Ihre Farbe reicht von gelb, rot bis hin zu dunkelblau. Zwetschgen dagegen sind violett und eher kleiner und oval. Auch das Fruchtfleisch ist anders. Wenn man hier mal an der Bauchnaht der Zwetschge aufschneidet, dann sieht man schon, aha, ein trockeneres Fleisch und hier grünlich-gelblicheres Fruchtfleisch. Im Gegensatz zur Pflaume, wenn man das hier mal aufschneidet an der Bauchnaht, dann sieht man, wie saftig das ist. Und rötlich, bräunlich-rötlich eher die Pflaume und auch viel saftiger. Und das sind so die Hauptunterschiede zwischen Zwetschgen und Pflaume. Und wie lagert man Zwetschgen? Am besten ist es, wenn Sie die Früchte natürlich ungewaschen im Kühlschrank einlagern. Man sieht hier, wenn ich das so poliere, dann wird die Frucht dunkel, verliert diesen Duft. Und das ist ja die Schutzschicht, wo praktisch die Frucht die Verdunschung runtersetzt und von außen auch nicht angreifbar wird. Am allerbesten isst oder verarbeitet man Pflaumen und Zwetschgen einfach so schnell wie möglich. Und es muss ja nicht immer Kuchen und Kompott sein. Oh, ich hoffe, der guten Abend. So, im Schwaben würden wir jetzt sagen, die Hens. Die Hens. Weißt du, wie du es immer checken solltest? Du guckst von unten. Und da soll er ganz leicht Farbe haben. Das ist ja die klassische Pizzaeinschub-Leiste, ne? Ja, von unten im Backofen, da wird von unten der Boden gut kross und oben bleibt es saftig. Also ich habe es jetzt ganz normal ober- und unterhitze gebacken im mittleren Feld. Aber nenn es Pizzaeinschub-Leiste. Ja, aber du hast doch unten drin gehabt im Backofen. Vielleicht tue ich es nicht ganz hoch, weil sonst kommt zu viel Hitze von oben. Genau wie bei der Pizza darf das nicht passieren. Okay, das weißt du, das habe ich keine Erfahrung. Jetzt Dresdner Eierschecke. Ja, das wirft er einfach so in den Raum. Unter Bäckern ist das ein Klassiker, die Dresdner Eierschecke. Nicht Schnecke. Das bin ja ich. Das hat man einfach drauf als Bäckermeister, oder? Nee, das ist schon was Besonderes. Und da gibt es auch ganz viele Rezepte und viele Methoden, das herzustellen. Das Geheimnis ist, also der Teig spielt bei dem Kuchen, das ist ja dann wirklich auch ein Kuchen, eine sehr dominante Rolle. Und es muss ein toller Hefeteig sein. Dann kommt eine Quarkmasse drauf und eine Eiermasse drauf. Und es sind eben sozusagen drei verschiedene Schichten. Wir haben den Hefeteig die Schicht, wir haben die Quarkmasse und wir haben obendrauf eben die Eiermasse. Und das macht es besonders auch im Kauerlebnis an dem Kuchen aus. Okay. Du bist schon ganz fleißig und fährst das Blech ein. Ja, jawohl. Warum nehmen wir Butter und nicht Margarine? Weil es die Dresdner Eierschecke so mag. Nicht? Nee, dass es besser schmeckt. Okay. Schau mal her, ist ganz, ganz wichtig, ich hätte es schon ein Fass gemacht, ohne darauf hinzuweisen. Ich habe jetzt den Teig, das war der schön gereifte aus dem Kühlschrank, einfach eingeschnitten. So, zwei Ecken. Dann nehme ich die Kanten und lege die so raus, siehst du? Das haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. So, und dann kriege ich den nämlich super eckig. Ja, wie soll denn das gehen von rund auf eckig? Nicht weggehen. Nee, 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 nee. Du hättest mit deinen Händen weiterarbeiten können. Ah, okay. Dann wart. Dann wart. Weil, ich schwöre dich jetzt, man muss das ja noch mit ein bisschen Gefühl weiter bearbeiten. So, rings auf Blechgröße, im Hölzchen, und tu es ruf. Okay? Mit schönem Gefühl, wenn du merkst, er will nicht mehr in die eine Richtung, wieder in die andere Richtung drehen. Genau, und schön gleichmäßig ausruhen. So, und jetzt muss ich ihn drehen? Ja. Wenn du einfach merkst, der schnurrt, der zieht sich wieder zusammen, dann drehen. Fange ich schon mal an mit unserer Quarkmasse. Du hast Vertrauen. Ja, klar habe ich in die Vertrauen. Hallo? Aber es darf auch so rüber, ne? Ja. Du musst nur gucken, das ist einigermaßen gleich dick. Gibt es und fliegt da an den Hecken raus. Das merke ich schon, das ist das Problem. Die Quarkmasse ist total easy. Ich nehme Quark, Zucker. Ich tue es schon mal ein bisschen verrühren, weil Zucker und Eier sollte man nicht direkt zusammenbringen. Wenn die Frau Greis das jetzt ganz alleine hinkriegt, dann habe ich mich echt stolz, weil vorher hat sie ganz viel Angst gehabt vor dem Ausrollen. Und sie schafft es, ich bin mir ganz sicher. Ich höre ein bisschen nichts mehr von dir. Ja, ich muss mich jetzt total konzentrieren hier. Tu die Eier in die Quarkmasse rein. mische die Eier unter. Du redest nichts mehr, oder? Nee, du hast jetzt natürlich, der Zuschauer denkt jetzt, jetzt musst du es aber auch schaffen. Ja, klar schaffst du es. Ich denke es jetzt. Ach du, ich bin doch da. Mach dir keine Sorgen. Hast du ein pädagogisches Nachschlagewerk gelesen von dieser Sendung, weil du mich so jetzt heute so hier enorm geschickt führst? Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ich habe ein bisschen Zitrone rein. Masse kräftig rühren und Eola Quarkmasse ist fertig. Also hier ist es halt schon bedenklich dünn, meiner Einschätzung nach. Ja, ich würde es jetzt auch nicht mehr weiter. Ich würde es jetzt drauflegen und den Rest von Hand ein bisschen hinfreemen. Also habe ich es jetzt geschafft? Ja. Soll ich dir einen Trick zeigen, oder willst du alleine probieren? Nee, Trick ist immer gut. Ich lege es zusammen. Aha. Lege es in das Eck. Ah, das ist aber ein guter Trick. Lege es wieder auseinander. Und jetzt machst du den Rest von Hand und guckst, dass du es überall einigermaßen gleichmäßig hinbringst. Okay. Okay, jetzt mache ich noch unsere Buttermasse. Die ist auch nicht wirklich complicated. Nicht schwierig. Keine englischen Angriffe. Also so ein bisschen wird das nachher Sie erinnern optisch. Sie können es ja leider nicht probieren. Dann müssten Sie es selbst erst mal nachbacken an Butterkuchen. Und das ist auch eigentlich so, ich sag mal, die kleine Schwester der Butterkuchen von der Dresdner Eierschecke. Der Butterkuchen ist die kleine Schwester von der Dresdner Eierschecke. Also eins ist richtig. Und das kann man, ich will jetzt nicht sagen, dass der Butterkuchen die kleine Schwester ist. Es kommt alles irgendwie aus dem Norden. Es ist nicht typisch süddeutsches Gebäck, sondern Dresden. Hört sich ja schon so ein bisschen nach Dresden an. Ja, das ist nicht unbedingt Norddeutschland, aber von uns aus gesehen ist ja eigentlich alles Norddeutschland. Alles da oben. Ja. Nee, ist so. Ist auch Ostdeutschland, ja. Ja, ja. Muss man schon sagen. Um auch hier wieder kurz reinzukommen, ich habe jetzt den Zucker und die Butter vermischt, die Butterraumtemperatur, habe zwei Eier dazugegeben und du rührst jetzt ein bisschen die Zuppe aushalten. Genial. Du kannst schon mal anfangen, dünn Quarkmasse aufzubringen. Aufzutragen. Ja, da kannst du ihn dann nehmen. Nicht alles, ja, einfach ein bisschen draufleeren und schön verstreichen. So, um die Masse zu binden, benutze ich Creme-Pulver. Oh, das macht aber auch wieder total Spaß. Das ist was für dich, ja. Manche, manche. Also jetzt sollten die Massen eben relativ gleichmäßig aufgebracht werden. Tu noch mal meine Eier rein. Dresdner Eierschäcker. Sachen gibt's, gell? Am Rand würde ich immer ein bisschen was freilassen. Ein bisschen Rand lassen. Am Rand würdest du eher den Rand lassen. Dann flupst du da nicht raus. Ja, zu spät. Hier unten kann ich's noch machen. Hier oben. So, das ist hier noch ganz kräftig schlagen. Jetzt hab ich noch übrig. Fertig. Das ist für zwei. Nicht zu dick drauf machen. Nicht zu dick drauf machen. Don't do it. So. Jetzt die Buttermasse. Wir nehmen einen anderen. Nee. Weil die Massen sollen ja auch getrennt voneinander im Mund quasi noch mal neu zueinander führen. Ja, ob du das jetzt wirklich so alles im Mund zueinander führst. Aber sozusagen die Buttermasse ist das Topping obendrauf. Ich versuch's jetzt nicht zu arg zu vermischen mit der Quarkmasse. Also bis hierher ja recht einfach, oder? Nö, Finch. Ja, das war doch jetzt einfach. Ja, das war einfach. Jetzt kommen noch Mandeln drauf. Wenn man den Tefeteig hat und einen Bäcker in der Küche. Dann passt's. Das ist einfach, ja. So, Mandeln, ein bisschen Zucker. Dass es einfach schön oben so knusprig wird. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei diesen Butterkuchen, den ich angesprochen habe. Zimt, oder? Ja, gibt's aber nur ganz wenig. So, und dann ist eigentlich ganz gut. Der Hefeteig hat ja wirklich eine Nacht lang im Kühlschrank gereift. Dadurch kann man diese Gärphase jetzt noch mal wirklich das liegen zu lassen, damit er schön reif wird. Auf die kann man verzichten und direkt ab in den Ofen. Aber das geht wirklich nur, wenn der Hefeteig eine Nacht gereift hat. Wenn man frisch verarbeitet, was auch geht über ein paar Stunden, dann sollte er jetzt noch mindestens eine halbe Stunde garen, damit einfach noch mal die Hefe ein bisschen ihre Arbeit tun kann, bevor er in den Ofen kommt. Quark, Quark, sagt sie. Ist so, ist wichtig. Ich habe jetzt, oh, ich tue ihn so runter. Wieder die Pizzastellung. Ja, 200 Grad und ich stelle noch ein bisschen hoch auf 220, weil der Schilder schön saftig wird. So, perfekt gemanagt, es blubbert uns. Du guckst einfach von unten, schneid mit einer Palette, sieht gut aus. Viel dunkler, nehmen wir mal nicht. Super. Machst du zu? Jawohl. Juhu. Und, also, weil es du bist, normal, muss man ja auskühlen lassen. Aber wir nehmen ihn very hot. Vorgeschnitten. Oh, das habe ich schon vorbereitet, damit du keinen Stress hast. Oh, du war kleiner Böbelis. Dann gehe ich ein paar Mal. Ja, jetzt komm. Ah ja. Du kannst, es sieht aber schicker aus, oder? Also, ich finde, du hast ja das gesagt, man muss immer eine ungerade Zahl setzen. Also, machen wir drei, oder? Dann müssen wir aber so, hier, so mit Öhrchen oder sowas. Nee, ist nicht so schick. Nee, es muss so wie Mode aussehen. Gerade so hingeworfen, wie nicht gewollt. Aber es sieht auch gut aus, wir freuen uns. Ich habe noch das Wesentliche hier vorbereitet. Ui. Super Trick. Das darf natürlich nicht. Machst du schon wieder Sauerei? Nee. Normal bin doch ich, der, wo Sauerei macht. Nicht rausgefallen. Oh, Sahne, was will man mehr? So. Das ist aber eine Kinderportion. Nee. Heute kann ich es auch nicht recht machen, he? Also, ich bin immer, ich schöpfe immer nach. Ich sage auch, bei Spaghetti Bolognese, lieber zweimal schöpfen, wie eine Riesenportion. Ja, aber bei Sahne muss man gucken, dass man am Ball bleibt. Schnell weg. Dass man am Ball bleibt. Jetzt bin ich echt gespannt. Muss man hier mit beiden Händen arbeiten. Bisschen Kampfgeschirr. Du sagst uns nochmal, wie es schmeckt und was wir schmecken. Warmer Butterkuchen. Mh. Mh. Also, der Teig dominiert, ich habe einen leichten Quark, das Säuerliche. Und dann aber oben diese schöne, butterige Masse mit den Mandeln und dem Zimtzucker. Passt denn die Sahne zu der Dresdner Eierschäcke auch? Weil eigentlich ist es ja mehr so wegen einem Zwetschgenkuchen. Passt überall. Passt überall. Mh. Schmeckt hervorragend. Und schön ist, wenn die Zwetschgen wirklich noch schön säuerlich sind und der Pudding dann schon süß. Das gibt eine tolle Verbindung. Wir essen jetzt in Ruhe auf. Halten anschließend die Bauchspannung. Ja. Kann kein Schaden sein. Hoffen Sie, hatten ein bisschen Spaß mit uns beiden heute. Mit einem sehr netten Hannes Weber heute, der die Komplimente nur so rausgehauen hat. Es verabschiedet sich Ihre Schnecke, der Bäckermeister. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder Lust haben, mit uns zu backen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.